Ja, herzlich willkommen zu einer Folge Fischkopp TV. Hier ist der Fischkopp und wir spielen weiter Endergames auf dem GOM-AT-Server. Und ich möchte an dieser Stelle mal etwas erzählen. Und zwar... Viele Leute schreiben, hey, du bist ja total schlecht, Fischkopp. Ja, das stimmt auch. Ja, ich übe ja noch und all so ein Quatsch. Ja, und all so nicht ausreden. Aber ihr müsst wissen, andere Let's Player, ne, die spielen den ganzen Tag und nehmen irgendwie eine Aufnahme, wo sie mal gut waren, ne. Und bei mir ist es so, ich nehme einfach alles mit auf, was ich mache. Ist doch auch mal cool, oder nicht? Ist doch auch mal cool. Einfach mal zu sehen, wie jemand sich so weiterarbeitet, so hocharbeitet, würde ich sagen. Ist doch geil. Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ähm, ich persönlich würde lieber jemandem zugucken, der dann auch mal zeigt, wie er mal schlecht ist. Also als jetzt nur Aufnahmen zu sehen, wie es ganz toll gemacht wird. Wobei das natürlich auch seinen Sinn hat. Ähm, wenn da ihr die ganzen Ungespielts und so mal zeigen, wie das Spiel eigentlich funktioniert, das finde ich auch ganz gut. Ähm, nur braucht ihr mich deswegen nicht anschreien. Jetzt mal ganz ehrlich, ne. Also ich bin da ein total netter Typ, so, ne. Äh, und, äh, finde, man kann auch mal, äh, so aufnehmen. Und für die Leute, die eigentlich Altes sehen wollten, äh, Altes wird kommen. Es wird wieder kommen. Keine Angst, es ist nicht verschwunden im Nichts. Äh, ich hatte nur Probleme mit dem Server und unglaublich wenig Zeit. Und dann wollte ich mal, oder ich war auf dem Server und hab extra, ey, ich hab extra, äh, gefarmt, ne. Damit ich für die nächste Aufnahme, damit ich da was vorzuweisen soll, damit ich immer auch anfangen kann. Weißt du, wenn das mal losgeht hier. Und, äh, dann, dann hat mich der Server irgendwie nach, als ich richtig viel Geld gesammelt hab, ist er irgendwann, äh, ist er einfach, äh, ja, kaputt gegangen. Ist er weggegangen? Wurde er weg? Komm, den will ich jetzt überraschen. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Der hat ein Tierschwert. Der hat ein Tierschwert. Habe ich ihn? Yes! Wir haben ein Tierschwert, Leute. Wir haben einfach nur ein Tierschwert. Und wir haben Dierschuhe. Schuhe? Haben wir Pfeile? Ja, ein paar. Geil. So, Fisch kommt eigentlich weg. Äh, Leder brauchen wir auch nicht. Die Axt, wofür soll ich denn Axt nehmen? So, wo ist dein nächstes Spieler? 67. Kann man packen, eigentlich. Wenn der nichts an hat? Leute, wenn der nichts anhat. Aber eigentlich brauchen wir noch ein bisschen Tierausrüstung. Das ist jetzt mein fieser Plan. Komm schon. Kann man hier eigentlich, man kann ja auch Knochen kriegen, ne? Kann man sich dann so ein Hündchen holen und der hilft einem dann so ein bisschen. Ui, ein Pfeil. Noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Eigentlich auch die Erfahrungsflaschen. Okay, erstmal gucken. 49 Blöcke. 49 Blöcke. Okay. Okay, ruhig bleiben. Wir haben nur vier Pfeile. Wir haben nur vier Pfeile. Wo ist er? 40 Blöcke. Wir könnten ja mal gucken, ne? Wir könnten ja eigentlich mal gucken. 13. Wo ist er denn? Ah! Komm her! Komm her! Oh, der hat ein Eisendingster an. Da müssen wir laufen, Leute. Da müssen wir leider laufen. Viele Leute haben mich angeschrien. Warum läufst du mal weg, Fischkopf? Das liegt ein bisschen daran. Guck mal, ich habe noch halbes Leben. Und der Kollege hatte halt mehr Rüstung als ich. Ich habe noch ein bisschen Angst. Wo ist er? Okay, wir müssen hier mal ein bisschen umstrukturieren. Sieben Blöcke! Alter! Können wir das schaffen? Yes! Aber jetzt sind wir richtig am Sack. Guckt mal, wie viel Leben wir haben, Leute. Guckt mal, wie viel Leben wir haben. Sollen wir mal jetzt auch so eine Arschnummer machen, dass wir uns hochbauen? So wie manche Leute das ja wahnsinnig gerne machen. Eigentlich müssen wir jetzt mal hier sowas machen. Zack! Und noch ein Hut. Geht nicht. Geht nicht. So, können wir jetzt noch mal ein paar Sachen hier wegwerfen, bitte? Das ist alles Zeug, was ich hier gar nicht haben will. Sowas, sowas. Essen haben wir genug. So. Wo ist der nächste Spieler? Da hinten. Essen. Essen, 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 essen. Nicht aufhören zu essen, Freunde. Hier ist noch eine Kiste. Der Diamantan. Aber zwei Stück, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Also wir könnten ja noch ein paar mehr finden. Dann haben wir natürlich wieder einen dicken Sack. 70 Blöcke. So, und jetzt 105. Eine Falle wäre nicht schlecht. Eine Falle wäre echt nicht schlecht. Wir könnten hier ein Loch buddeln. Und dann da Wasser reinkippen. Wollen wir das mal machen? Der nächste ist 50 Blöcke. Okay, eigentlich ein Kampf, ne? Eigentlich Kampf. Da oben ist ein Turm, habe ich gesehen. Mehrere Türme, glaube ich. Ähm, Snack. Hier ist einer. Er läuft weg. Er läuft weg. Ich glaube, er hat einen Boost. Kann das sein? 32. Den müssen wir doch kriegen. Ach, der ist jetzt hinter uns. Hahaha. Jetzt kommt er auch auf uns zu. Okay, wo ist er? Nein! Hau mich nicht! Yes! Oh mein fucking Gott. Wir haben jetzt 40 Pfeile. Haben wir irgendwas krasseres? Wir haben hier Dia-Schuhe. Ne, wir könnten hier einen Helm anziehen noch. Hier. Ah! Erschreckt mich nicht. Wie viele Spiele noch? Oh, wir haben in den letzten vier. In den letzten vier. Oh, da könnten wir was enchanten. Und zwar habe ich da schon eine Idee, was... Ach, Scheiße. Komm schon. Drei. Gib mir was mit drei. Ey! Oh, zum Glück haben wir das Schwert noch gekriegt. Ich meine, wir hatten noch eins. Alter. Ich habe mich gerade sehr erschrocken. 95 Blöcke. Nächster Spieler. Waren wir hier gerade eben? Waren wir jetzt weggeportet? Warte mal, wir haben ja eine Hose. Wir haben ja eine Hose. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, können wir noch irgendwas verbessern hier? Können wir noch irgendwas verbessern? Warte mal, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 70 Blöcke. Okay. Hier ist die Welt vorbei. 80 Blöcke. Das können wir wegtun. Das können wir eigentlich wegtun. Das können wir hier mit rein. 93 Blöcke. Wir könnten bald mal eine Falle bauen. Wasser haben wir hier drin. Hier, Bogen, bitte da hin. Fleisch, können wir hier, können wir da, können wir so. Hier haben wir alles andere, was wir haben können. Wir haben zwei Dias. Wir haben sieben Eisenbarren. Die bringen uns jetzt auch nichts mehr. Wir könnten noch hier das hier mitnehmen. Dann essen wir noch was. Volles Leben haben wir, ja. Und wenn wir das nächste Mal geportet wurden, dann werde ich darüber nachdenken. Ah. Ah, das wird knapp. Ah, ja, genau. Genau, das wollte ich sagen. Das wird knapp. So, da ist ein Türmchen. Das ist aber nicht besonders hoch. Das ist aber nicht besonders hoch, ne? Hier sind noch Kisten. Wobei wir eigentlich perfekt equipped sind hier. Oh, ein paar Pfeile. Tut immer gut in der Seele. Gold brauchen wir eigentlich auch nicht. Genug Fressen haben wir auch. So, ich wurde lange nicht mehr geportet. Kann das sein? Oder habe ich das nur nicht richtig mitgekriegt? Diese Türme immer, ne? Ah. Okay, nächster Spieler. 40 Blöcke. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns jetzt. Wo ist er? Der muss hier irgendwo sein. Hier. Da. Ne, das war ein Schaf. Wo ist er jetzt? Ah. Nein. Töte mich nicht. Wenn du mich jetzt tötest. Wenn du mich jetzt tötest. Ah. Yes. Alter. Jetzt sag nicht, ich habe gewonnen. Ich habe die Ender Games. Ich habe die Ender Games gewonnen. Oh mein Gott. Das wird mir doch keiner glauben. Zum Glück habe ich eine Aufnahme davon, Alter. Ja. Jetzt war ich ein bisschen laut. Ich glaube, meine Nachbarn hassen mich jetzt noch mehr. Alter. Ich habe eine Runde gewonnen. Ich habe eine Runde gewonnen. Aber es hat auch keiner so einen Quatsch probiert, ne? Mit irgendwelchen komischen Fallen und so weiter. Der Cloud, die haben ihre Türmchen gebaut. Aber das war es auch schon. Und ihr habt gesehen, ich habe mit dem Mädchen-Barbaren-Kit gearbeitet, weil ich das am besten kann. Weil ich kann sonst nichts. Ich kann einfach Sachen nicht, Freunde. Es ist einfach, es ist so. Und dann müsst ihr jetzt durch. Aber ich habe jetzt schon meine erste Runde gewonnen, Leute. Das war jetzt meine erste Runde. Wie vielte Folge war das jetzt? 145 Silben. Naja, nicht ganz, ne? Aber es hat jetzt eine Weile gedauert. Und jetzt kannst du mal aus meinem Gesicht rausgehen, bitte. So. Und ja, geil. Es ist echt geil. Ich spiele mal wieder in letzter Zeit ein bisschen mehr Minecraft. Ich weiß nicht, lass mich mal ganz kurz überlegen, wann diese Folge hier kommt. Ah, nee. Okay, dann kann ich euch schon mal spoilern, dass morgen eine sehr coole Minecraft-Geschichte kommt. Sagt man das schon, was das ist? Es ist, es handelt sich dabei um Mario Party. Mit der Alucard und Grenz und dem Basti-Keks und dem Goran. Da haben wir echt lustige Sachen erlebt zusammen. Das sind so eine Minispiele hier, die man da spielt. Habe ich jetzt gerade das Jumping-Puzzle gemacht. Das ist auch das erste Mal Geheimtipp. Wenn du Schuhe trägst, dabei sneaks, bekommst du maximal 5 Herzen Fallschorden. Also crafte dir am besten zuerst ein paar Schuhe. Aber es gibt ja auch diese Klasse, die einen Headshotten kann, wenn man keinen Helm trägt. Also wird da auch ein ganz guter Tipp. Bau dir mal einen Helm, Digga. Und hier ist schon mal Schwein-Party-Salat. Die könnte man natürlich gleich mal von Anfang an denken. Guck mal, da ist der Knusprige. Der ist ganz knusprig. Na, ihr Süßen. Tag. Schweine. Richtig. 100 Punkte. Du hast es erkannt. Viel Spaß und Glück. Boah, ich habe eben... Eigentlich hätte ich die Folge jetzt beenden sollen, ne? Kurze Folge. Und ich habe gerade erst angemacht, Leute. Das war meine erste Runde. War das meine erste Runde? Oder habe ich jetzt nur nicht aufgepasst? Alter, hier ist schon wieder alles weg, ne? Hier ist schon wieder alles weg. Alles weg. Aber Gold habe ich gesehen. Aber pff. Okay. Weiter geht's. Ähm. Wir können nichts bauen. Die Kiste hier wurde garantiert schon gelootet. Wir haben nichts zu essen. Äh. Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf die andere Seite des Ufers. Und ruhen uns da ein bisschen auf dem Sieg aus der letzten Runde aus, ne? Ich weiß, ich sollte jetzt noch kein Holz holen. Aber jetzt, wo ich hier schon stehe, nehmen wir das jetzt mal schnell direkt mit. Ist euch mal aufgefallen, dass ich letztes Mal gar kein Holz geholt habe? Ich habe einfach einen gesnackt und bam, los ging's. Das war eigentlich ganz cool. Gut, dass der uns nicht gesehen hat. Der hatte halt Diamantschuhe an, ne? Der war eigentlich im Vorteil. Hatte der nicht sogar ein Diamantschwert? Wie war denn das? Ich erinnere mich nicht mehr. Das war so krass. So. Wir könnten jetzt schon... Äh. 43 Blöcke der nächste. Okay. Noch 15 Sekunden. Ich habe noch nichts aus meinem Holz gemacht. Das mache ich gleich erst. Ich meine, im Moment brauche ich ja Shit. Ich habe eh nicht genug Shit. Hier könnten wir nochmal looten. Was haben wir... Wo haben wir den nächsten 60 Blöcke? Das ist gut. Haben wir schon mal ein paar Pfeile und einen Bogen. Das ist sogar sehr gut. Das kann weg. Wasser hier hin. Und wir könnten... Wo ist der nächste Feind? 91 Blöcke. Sehr gut. Zack. Zack. Oh Shit. Ich vollidiot. Okay. Nicht zugucken, Leute, wenn ich so einen Fehler mache. Bitte. Ist egal. Ist es egal, Fischkopf. Mach dir keinen Kopf. Ja. Es passiert jedem mal. Ja. Also, äh. Du kannst ja in dein Tagebuch schreiben, dass du das nicht verkackt hast. Und dann machst du es nicht nochmal falsch. So musst du jetzt mal einen Plan. So darf ich hier jetzt nicht reinspringen eigentlich. Oh oh. Oh oh. Na komm. Kriegen wir den? Im Moment nicht. Eins. Zwei. Oh, komm schon. Den hätten wir auch nicht gehabt. Ach, den auch. Okay, ist nicht so schlimm. Wir holen uns hier was zu essen. Das ist ganz, ganz wichtig. Stirbschweinchen. Stirb. Und wir könnten uns eigentlich mal eine Rüstung bauen. Wobei, wie viel haben wir hier? Fünf. Das ist natürlich nicht ausreichend. Da könnten wir uns einen Hut draus machen. Was ja nun auch nicht das Braune vom Ei ist. Wobei. Ah, hier eine Kiste. Sehr gut. Gerade frisch reingespawnt. So, das können wir hier wieder reintun. TNT. Oh, vielleicht für eine Falle. Aber so richtig. Lass uns mal hier Schülchen machen. Ah, jetzt können wir es ja bauen. Guck mal. Jetzt hier, zack, zack. So, los geht's. Eigentlich hätte ich mir mal schön ein Schwert bauen können. Aber so schlau bin ich nicht. Ah, hier ist die Welt vorbei, oder was? Okay, wo ist der nächste Spieler? 27 Blöcke, oh nein. Eins. Oh, der hat, der hat Shit. Der hat viel Shit. Da haben wir eigentlich keine Chance. Oh. Oh. Alter. Ja, komm. 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 Ja. Komm schon. Ja. Keine Feinde mehr. Komm, den kriegen wir. Der hat kein Herz. Der hat kein Leben mehr quasi. Oh, nein. Komm, nein. Oh, schade. Aber es war gar nicht schlecht, müsst ihr sagen. Müsst ihr an dieser Stelle, müsst ihr das zugeben, Freunde. Ihr könnt mich ja nicht immer nur fertig machen. Und ich würde sagen, wir hatten jetzt einen Sieg und eine ganz interessante Runde. Und dabei belassen wir es mal für heute, ja. Auch wegen Zeitnot, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann. Das war der Fischkopf. Oh, tschüss.